Hi. Ich bin grad bisschen angepisst. Der Grund dafür ist, weil ich gerade schon mal ein ganzes Take aufgenommen habe. Dann beim Speichern, Spore meinte äh, Speichern fehlgeschlagen, Spore wird jetzt beendet. Ja, und beim Laden dann wieder, hat er dann wieder den Spielstand vom letzten Take geladen, ne? Also, sowas ist ganz toll. Speichern fehlgeschlagen, natürlich. Warum sollte man auch einfach nicht weiterspielen können? Nein, das Spiel wird direkt beendet. Weswegen ich den ganzen Take jetzt löschen konnte. So. Das Gute ist, jetzt brauche ich aber die 5 Minuten Zeit nicht mehr, die ich gebraucht habe am Anfang des letzten Takes, also des fehlgeschlagenen Takes, um rauszufinden, was ich jetzt machen will. Denn ich möchte entweder die Reich- oder die Terraformer-Plakette, welche äh, nicht verfügbar ist, welche ich nicht machen kann, weil ich die Werkzeuge erst mit der Plakette kriege, machen. Also mache ich die Reich-Plakette, breite dich in 7 Sonnensystemen aus. Dafür brauchen wir Geld. Und wie kriegen wir Geld? Richtig. Durch Heimatwelt abwehren, gegen Arsch-Honas-Reich. Denn Arsch-Honas-Reich sind Arschlöcher. Mal sehen. Ich will's jetzt mal wissen, Diplomatik, hätte gern, was du mal angreifst. Arsch-Honas-Reich. 66.000, ja. Okay. Machen wir mal. Wir können hier laden, wenn wir gesehen haben, dass es nichts bringt. So, die werden jetzt angegriffen. Das ist bei Nennerstag. Oh. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Die sind noch übel. Nicht übel gefestigt. Übel gepanzert und so. Ist keine gute Idee, glaube ich. Der Reiseverlauf verwehrt mich nur. Wer besucht, verwehrt mich nicht wirklich. Ja, ich... Mach ich mal an. Missionen. Mach ich an. Imperien. Ah. Imperien. Mach ich an. Verbindete und Feinde. An. Mein Reich. An. Okay. Dann möchte ich mal sehen, wie die... Wie das Arsch-Honas-Reich... Äh, wie das Bananas-Reich... Arsch-Honas-Reich. Und... Oh. Gar nicht, oder was? Das ist doch toll. ... Au. Ich halte mich raus, glaube ich. Fuck. Hätte ich jetzt Minibomben, könnte ich die ganze einfach angreifen. Na, ich helfe wohl schon mal ein bisschen mit den Truppen. Vielleicht kriegt ich ja dann auch noch ein bisschen Geld dafür. Das wäre ja super. Das wäre super toll. Ähm, das ist schon das Reich. Ach ja, das ist schon das Reich, das ist so toll. Nicht. Äh, mein paar Minuten ist tot. Naja, wenigstens halte ich denen die Feine vom Hals. Das ist auch eine ehrenwerte Sache. Lohnt es sich für zu kämpfen. Voll nie, aber ja. Ach, du kannst ja mein Leben schon wieder... Warum ist mein Leben wieder so gering, Mann? Ich habe mich doch kaum getroffen. Hey, da war schon das Reich... Äh, das Bandanas Reich hat ja was drauf und die spawnen direkt wieder nach. Ach, ne, Quatsch, die kommen vom anderen Ende. Der Insel. Äh, des Planeten. Ich mach Bum-Bum mit euch. Hey, sie haben es übernommen. Geil. Haaa. 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 Und... Haaa. 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 Geil. Schlafmittel, alles klar. Das primär als Schlafmittel, dieんですel ist klar, Leute. Prozent Prozent und fünf Schausen erweilen wir kommen Prozent des Sturzungs Bettausend noch wegen da ist wie schon mit dem Happy das ist eine Aktion bis über den Reis gerne sehen blablabla Bündnis habe ich schon verdammt die wollen es nicht kapieren das haben die im letzten Tag auch gemacht ganz schön böse böse nicht aber egal so ist es auch schon als reich kleiner das heißt wir holen uns jetzt wieder Geld und dann greifen war den restlichen Teil des Aschonachs reichs an Mohaha bin ich nicht fies das wäre und aufladen Gratis Prozent nur kleine Gesunde und jetzt ist die aus dem Regen und für Knapp Trockenzeit Generator und allgemein Generator mag ich nicht weil die kann man halt nur einmal benutzen Geltestrahl beziehungsweise Wärmestrahl beziehungsweise Klimastrahl vor so Focken Flüchtling so meine Freunde dann Geld wir brauchen Geld Geld ist super Geld ist toll Geld ist super Lala Loll ähm wo sind hä Ehanos kurz sie meinen echt wieder Ehanos angreifen zu müssen was für Arschgein You are an Erso You bitch es bringt aber überhaupt nichts mich anzugreifen das ist euch schon klar oder offensichtlich nicht Leute es bringt nichts es bringt dann gar nichts man ich kann mich hier wieder aufladen Die schaffen es ja nicht mal mehr Schaden zuzufügen Schlecht so schlecht Oh greift ihr mich an ich bin aber traurig ich bin aber haupt nicht traurig sie trottet die kein Problem über die BK Bruder Lach jährige objektiv Im Ernst? Okay, ich kann jetzt Terraforming-Werkzeuge kaufen. Warum? Keine Ahnung, aber ich kann Terraforming-Werkzeuge kaufen. Ich habe nur keine Ahnung, warum ich das machen soll, weil im Endeffekt es bringt überhaupt nichts. Es dient nur zur Schönheit praktisch. Okay, ich dachte, ich hätte was gesehen. Egal. So, ich habe da nämlich einen Trick, mit dem ich es mit String und S speichern kann. Praktisch ein Quick-Safe. Bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier. Danke! Oh Gott. Ich habe jetzt Angst vor dem Scheiß. Warte mal, ich will was testen. Wenn man hier speichert, dann klappt es auch. Hä? Moment, wenn ich hier speichere? Aha! Das geht dann nicht. Okay, dann geht es nur auf Planeten nicht, aber... Dann habe ich auch keine Ahnung, warum das eben gefällt hat. Na, ja, egal. Ähm, so... So, jetzt mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel. So, da, Angett. Xander, fliegen wir mal zu Angett. Xander liegt ziemlich abgelegen da. Aber ich habe noch nicht genug Geld, um wieder anzugreifen, oder? Kann ja sein, dass du nur noch ein Teil bist. Hallo, hallo, hallo. Diplomatie? Kannst du mir... Yay! Diplomatie... Hier, du gehst, du ihn angreifst. Da ist Aschona's reich... Ah, 79.000, okay. Aber dann ist es auch wahrscheinlich sicher, dass wir das Aschona's reich ownen. Obwohl, ich hätte lieber eigentlich eine Minibombe. Was ist mein Ernst jetzt? Ich hätte lieber eine Minibombe. Die Minibombe ist mir irgendwie... Ist irgendwie besser. Äh, egal. So. Anstatt jetzt aber über Minibomben zu reden, sollte ich lieber darüber reden. Missionen, dann hole ich mir eine Mission von dem. Kapitän, bist du bereit? Ja, ich müsste... Universum erforschen. Äh, vieles erforschen. Ich müsste Planeten... Ja, möchte ich nicht mal, aber... Zehntausend Spodus. Ja, natürlich. Aber... Dazu kriege ich die Werkzeuge. Äh... Äh... Lass uns ein paar Planeten bei mir ab. Okay. Was ist jetzt mein Ziel? Auf einem Planeten... Rothimmel. Machen wir einfach mal. Auf dem hier. Okay. Ähm... Gut, das muss anscheinend wirklich ein anderer sein. Das ist schade. Aber okay. Hm, sieht so aus, als hätte der auch schon einen Rotenimmel. Na, egal. Machen wir mal auf Thea. Ist ja direkt daneben. Lade auf. Aufladen. Aufladen, aufladen, aufladen. Mmh. 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 Vielen Dank.